Liebe Step-Kick-Klasse, wir haben es geschafft, unser gemeinsames Ziel haben wir erreicht und ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Zusammen habt ihr alles gegeben, ihr habt täglich Schritte gesammelt und ihr könnt wirklich stolz auf euch sein. Ihr habt an verschiedenen Challenges teilgenommen, deswegen nochmal großes Dankeschön und Gratulation zu diesem tollen Ergebnis. Natürlich habe ich gleich die nächste Challenge für euch. Schafft ihr es auch in Zukunft, euch genauso viel zu bewegen, gegenseitig zu motivieren? Euer Fitnessarmband könnt ihr behalten, individuell Schritte sammeln und weiterhin an der Championship teilnehmen. Auch mein Team wird weiter fleißig alles geben, deshalb, liebes Team, geht an die Luft, bewegt euch, sammelt ordentlich Schritte und bleibt gesund. Ich glaube an euch, viele Grüße, euer Jimmy.